Ich kann euch eigentlich nur eins mitgeben, haltet euch hier an die Abstandsregeln. Bleibt vernünftig, wir haben ja viele alte Leute, die sind die Risikogruppe, die höchste Risikogruppe bei der ganzen Corona-Geschichte. Und wir sind schon fast durch mit dem Virus, oder es fühlt sich so an, als wären wir fast durch mit dem Virus. Lass uns nicht auf letzter Strecke dafür sagen.